Ach, Sosa nimmt eine, zwei nehmen, Sepp sind noch fünf drin, Sepp nehmt die einen AK, warte, Sepp ist drin. Sepp ist drin, ja. Auf jeden Fall, ja. Benjamin, wie viel Waffen hast du? Ich hab insgesamt jetzt drei, also ich hab eine mit und zwei im Bestand noch. Okay, dann warte, wie kann ich... Ey, Jungs, ich kann nicht den Kopf reinmachen. Ja, ich kimm da auch nicht dran. Ich glaub... Oh, gee, ich hab vorhin, ey, glaub ich, seine Waffe verloren, ne? Ich hatte was dabei und dann... Aber wie, du hast auch viel gemacht, du kannst jetzt zwei nehmen. Boah. Ich glaub, ich warte heute sogar bis um drei Uhr und geh heute zum Bäcker und hör mir was zu trinken, man. Ich hab Bock auf Kabel. Hatte jemand zwei? Ich hab vier im Haus und einer. Ja, dann lagern wir das, dann lagern wir das. Ey, du kommst auch nicht rein, oder? Also, der Rest hat ja Waffen. Der Rest lagern. Hey, OG, äh, ich mach das... Lass das müssen wir morgen machen mit den Waffen, das gibt glaub ich dann, ja? Ja, ja, OG, lass das später oder morgen machen. Dann lass mich mal versuchen, weil ich komm grad dran. Geht mal weg. Was soll ich sagen? Was geht man denn? Ey, ich kann ran, kommt der, ich kann ran. Oh, nix, alles gut. Bei dir? Oh, nix, starten wir noch los. Boah, Digga, ich sag euch ehrlich, umso mehr, jetzt Neuflexler, also umso mehr Leute, die ich kennen, umso mehr Probleme hast du. Auf einmal schreiben wir 5.000 Leute, die die vorher nie gemeldet haben. Hä, OG, hast du... Immer Kopfschmerzen. Äh, hab ich ja eine, ja. Ihr seht nicht, oder? Ja, warte, das ist meine Waffe dahin. Oster, komm mal her, ich geb dir deine Waffe. Kata? Ja. Ich hab aber ne Karabiner, ne? Ja, deswegen kriegst du jetzt ne AK. Und der hat noch nen ganzen fucking Guardian, wo er sich den ganzen Tag zukiffen kann. Äh, teilst du, teilst du mit mir, bringst du mir ein paar Kilo. Verdammt, ihr könnt euch alle was rausnehmen, ist alle für euch, hab ich für uns besorgt. Okay, hier. Easy. Seine Karre ist noch hier. Oh. Jetzt hab ich aufgelegt, Digga. Hallo? Jo. Wo bist du? Digga, ich bin grade im Krankenhaus aufgewacht. Verdammt, warum? Ah. Na jetzt, Bruder, das weiß ich ja nicht. Ah. Soll ich dich abholen? Wo bist du? Keine Ahnung, ich glaub, irgendjemand anderes holt mich ab. Aber sicher bin ich mir nicht. Deine Karre steht noch hier, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, dann komm hierher irgendwie. Ja, ich warte hier kurz, vielleicht werd ich abgeholt, Digga. Was macht ihr? Keine Ahnung, wir haben grade geredet. Alles gut, oder was? Ja, ja. Okay, alles gut. Ja, alles klar, Digga. Ey, ich komm gleich zu dir in die Uhr. Ja, ey, ich hab ne Guardian voll mit Weed, ne? Also, falls du was brauchst, sag Bescheid. Das letzte Mal Weed, Digga, war nicht so geil. Doch, vertrau mir, man. Ich komm gleich hin. Hast du deinen Jungs erzählt, wie wir Dings? Ja, mach ich jetzt. Okay, Yalla, bis gleich. Yalla. Hast du irgendwas dabei, Sepp? Bitte? Joa, Pistole und EMP. Nein, ich hab doch eins gleich genommen. Ja, dann lag er gleich, aber ich geb dir ne Account, ne Karre. Roy, danke dir für deinen Prime, Bro. Du hast deine Waffe gekriegt, ne? Hä? Du hast deine Waffe gekriegt. Ja, nee, ja, ja. Joa, hat er, doch, hat er, hat er, ehrlich gesagt. Ja, ich brauch eine Revolta. Jungs. Gegenaktion wird belohnt. Ich war auf, ich war auf diesem Dach, ne? Ich hab zwei Kops gesniped. Boah. Ich hab, ich mein zwei Mio Plus gemacht, ne? Räum die wieder weg, nicht, dass du, räum die in irgendein Auto rein. Ey Frank! Ja? Guck mal, nein, am besten, guck mal so, am besten holst du dir ein Auto für 10.000 Euro und parkst es hier oben in die Garage und parkst es einfach in den Kofferraum. Ja. Dann kommst du immer selber dran, weißt du? Einfach nur für Kofferraum, weißt du? Ja, mach ich mal. Aber erstmal gebe ich sie Frank, weißt du, dann kannst du es später machen. Ja, genau. Irgendeine 10.000 Euro Karte. Ey, ich kann den Auto auch schränken, ich hab eins hier unten. Kauf dir einen, da passen viele rein. Komm, komm, komm. Okay. Frank, hast du meine Revolver? Ich hab... Ich bin echt am überlegen, ob ich nach Berlin gehe oder nicht. Losa, komm hier zur Garage hinten. Ja, ich komme. Boah, ich weiß nicht. Mein Gott, Losa, ich muss gut vornet machen. Geh ruhig zurück, ich komme zurück mit dem Auto. Äh, ja, okay. Ey, OG, wo bist du hin? Ich hole ein Auto, weil ich muss auch schwarz gezogen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich glaube, ich gehe nach Berlin, oder? Berlin ist doch nice. Du zieh durch mit streamen, nutzt den Hype aktuell, den du hast. Wenn ich sowas lese, habe ich einfach umso weniger Bock zu streamen. Moment, Pablito. Ach, Digga, er sagt also, wo bist du denn? Guck. Ich stream nicht für irgendeinen scheiß Hype, ich stream nicht für irgendeine... Kack... Dings. Ich stream dafür, weil ich Bock habe zu streamen. Nicht anders. Misha, bist du grad da? Ah! P-pop. Ich weiß nicht, du hast A jetzt... Wo ist, wo ist A OG? Hier! 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 Oh mein Gott! Fame, danke dir auch für den T1. Alter, zieh nach Italien Mega geil hier Ich zieh nach Italien jetzt Sachen sind schon gepackt Ich fahr eigentlich nach Italien jetzt Wie lange bin ich eigentlich schon live? Siebeneinhalb Stunden Kann mir jemand gleich einen LKW ausparken? Weil hier sind ein paar Leute, die haben fertig Opium Ne, ich wundere Siebeneinhalb Stunden schaue ich zum Schuh zu WTF Dank euch Und diese So wie viele neue Leute am Start sind Freut mich übertrieben zu sehen Macht auch übel viel Spaß Aber in Berlin Könnte ich den ein oder anderen IAS-Schu machen Das Ding ist, wenn ich in Berlin wäre Dann würde ich mich mit Dings treffen Warte mal Ich guck mal, wie viel Datenvolumen ich hab Ich hab nur Also wenn ich Ich könnte mit mich Also mich ja Kennt ihr ja in-game Mit dem würde ich mich In Real-Height treffen Und dann vielleicht IAS-Stream machen Das wäre geil Mal gucken Ja ne, danke dir für dein Prime Und der Dude, danke dir auch für dein Prime Amazon Prime ist kostenlos Ne, Twitch Prime ist kostenlos An die Leute Ähm Wollte ich nur mal Äh, hat mir ein Kollege erzählt Dass wenn man sein, ähm Amazon Konto Mit seinem Twitch Konto verbindet Also Amazon Prime Konto Dann kann man einfach Bei irgendeinem Streamer Kostenlos Ich glaube, ich hab mir ein Kollege erzählt Ja, ja Als ob Wirklich Chili, danke dir für dein Prime Verdammt Was ist los? Mach weiter So kleine Bist du im Ranghaus aufgewacht? Ja, war klar Und da kommen die Primes rein Oha Verpiss dich Bevor ich sie in den Arsch schiebe Okay Ey, guck mal was ich habe Ey, guck mal unsere Sniper Zeig mal, ey, den Arsch schiebe Boah, ich hab den nicht einmal in der Hand Ich geb dir Nee, brauchst du mir nicht Aber ey, verlier die nicht, ja Ich hol mir eine Extrakarre hier in der Hood Genau Wenn sie die immer da reinpacken kann Äh Olaf hatte sie auch in der Hand Er hat einen gesnipet Ehrlich? Hat der echt getroffen oder was? Ja, 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 einen Kopp Das muss ich erst sehen Bevor ich das glaube Ich glaube zu wissen, dass ich auch 4-5 Kops abgeknallt habe Aus welcher Stadt kommst du, schießt Keuschel Digga, was macht der denn hier? Er fängt jetzt auch an wie Shisha, Digga Wir haben noch schon geredet Bin ich jetzt in deiner Hood, Digga Fühlt sich bedroht Nicht deswegen, Digga Ich weiß, was du getan hast Was hab ich denn getan, Digga? Komm, fahren jetzt die komplette Lage mal runter Es ist doch gerade alles gut Erzähl mir doch, was ich getan habe, Digga Jana, pack aus Habt ihr es ihm nicht schon erzählt? Doch, hab ich erzählt Ja, ich weiß aber nicht, was er meinte Vielleicht hab ich ja was anderes getan Also schießt in unserem Haus zwei Leute ab Hab ich dich abgeschossen? Hab ich deine Homies abgeknallt? Bis zum Blatt? Achso, man muss zum Blatt sein Du bist kein Blatt und du schießt einfach in unserem Haus rum Also iss Yo Ähm, schaust dir an Wo ist Rick? Digga, ich hab gehört, der eine längere Auszeit bekommen hat Ausreise? Ja, ja Hola, wie geht das Ding? Hey, was geht, Bruder? Alles fit? Ja, bei dir verdammte Fassi Wie geht's hier? Lass dich stricken, lass dich stricken Wie meinst du das, Fassi? Ja, ihr seid vom Dachgesprungen Ich will dich meinen Schwanz in den Haus zu stecken, Digga Ja, wenn du willst, komm doch mit nächstes Mal, ah Wie? Ey So Döner Ich brauche auch kurz was zu trinken Alles klar Ähm So Kontakt So Sag mir doch mal deinen Namen, Digga Äh Pablito P-A Ey, such doch, wo ist die Pum kann, Digga L-I-T-O Genau, aber mit B Pablito Okay, okay Mit B Mit B Lomsky, dank dir für deine zwei Monate Verdammt Nein, nein, äh, B wie Brüste Pablito, also mit B am Anfang C, C Nein, nein, am Anfang P und danach A, dann B, verdammte Scheiße Kannst du ihn nicht übernehmen, Papi Also, also, ich muss, ich, also Anfangsbuchstabe P wie Penis P wie Penis Dann A wie Arschritze, dann B wie Bumsen, dann L wie Lutschen, dann I wie Igitt, dann T wie Pitten und O wie Oralverkehr Hä? Wie kann man so pervers sein? Ich hab noch nie so viel schmutzig gehört und veränderter gehört Alter, verdammte Scheiße, was kommt dir in den Sinn, Mann, hast du viel gekifft, verdammt Hallo, ich weiß nicht, mal den ganzen Ey, genau so, verdammte Scheiße Ah, meine Nummer, warte, ich hab mein Handy so, war ich Idiot, perdero Warte so Meine Nummer ist 017 Ja Äh, 26 26, ja 74 74, ja 1, 4, 2 1, 4, 2 Okay, ich schreib dir bei WhatsApp kurz an Sie, sie, es bleibt mir, Hermannu, ich speichere deine Nummer Ja, ja, easy, easy Perfekt, dann gehen wir mal Fallschirm springen, ah Ja, warum, ich danke dir von dem Tänz Der Sosa liebt es mit mir Fallschirm springen, ich so genau Ja, Bruder, ist davon auch sehr, 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 sehr geil Willst du auch machen, Olaf? Ich bin einmal Fallschirm gesprungen Willst du jetzt auch? Äh, komm, so, wir machen Nein, 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 nein Gehst du gleich schlafen? Äh, ja, dem Mästiger Okay Ah, stimmt, warte mal Die Nacht ist doch jung, ha Ja, warte mal Ja, warte mal Olaf, Olaf, ich hab noch ein Geschenk für dich Ja, perfekt, warte Für mich ein Geschenk? Ja, warte Nein, Bruder, was denn? Ich will keine Geschenke Nicht ich Wie, nein, ich weiß, dass du kein Geschenk für mich hast Hey, Olaf Ich, ich, ich Ja Extra vor dich Du hast meine Nummer falsch gespeichert Nein, Bruder Habe ich wirklich? Ich will Ja, so, ja Warte, ich sag dir Hast du keine Nachricht bekommen, oder was? Nein, hab ich nicht Was, jetzt, jetzt, jetzt hab ich's befreit Was los? Ja, ja, ja Mach nichts vor, wir haben was vor, so, ja Ich sag's dir gleich Okay Ja, ja, Sosa kommt mit, Digga Machi, ta, danke für den Prime Alles klar Alles klar, Digga Jo Schickst du mir Standort, oder was? Alles klar Beeint dich aber, Digga Sag mir Bescheid Jo Oh, das haut ja richtig sein, ne? Ey, Sosa Äh, das ist nicht Was? So, äh Olaf, mach langsam Komm her Mach leiser, mach leiser So, ja, ist schon leiser Äh, so Äh, was soll ich sagen So, er ist nicht auch schlau Aber, äh, Machmut trifft sich jetzt mit einem korrupten Bullen, ja? Der will ihn seine Karabiner zurückgeben Aber die sind befreundet, ja? Machmut gibt uns die Möglichkeit Dass wir beide als Geisel nehmen, ja? Wir beide ihn Die Polizisten Also wir nehmen die zwei als Geisel Machmut müssen wir auch als Geisel Ja Damit der Polizist nicht auf die Idee kommt Dass es Machmut seine Idee war Ja, okay Verstehst du? Und er sagt, der Polizist hat viele Waffen dann dabei Und wir sollen ihm die Waffen abziehen Ja Dann wärst du dabei, Digga? Ja, aber ich muss ein bisschen warten Weil ich die Ich muss ihm die Sniper geben Nicht, dass das schief geht Wem muss ich die Sniper geben? Pack das in dein Auto ein Äh Meine Dings Ja, kann ich auch machen Warte Ja, mach die weg, Digga Und komm dann her Digga, der kommt wieder auf Ideen Ich schwör's dir Ich schwör bei Ihnen ist immer Action Muil Ich geb dir die Waffe Ich hab was vor Ne, ich hab selber die Waffe Ich hol das Auto Das dauert doch zwei Minuten, Bro Geh zur Seite Okay, oh jetzt Dennis, danke, dass du bist Nur wenn mal gesuppt hast Und Master Danke dir auch für dein Dings Für dein Prime Ich glaub ich geh nach Berlin Das Wochenende, Chat Bisschen genießen Ja Okay Gib mir deine EVB Nummer Äh 556 Jaja Platz zwei Mit den meisten Gifts Heckler Äh 556 NQQ 646 Okay Okay, hast du bekommen, ja? Ja Okay, dann hast du jetzt Deine Autoparks am besten Dann direkt wieder hier ein Ja Wäre voll geil, wenn du Vlogs machen würdest Smoke, danke für dein Prime Ach, ich bin nicht der Typ für Vlogs, glaub ich Ich bin einfach nicht der Typ für Vlogs Klar, könnte man machen, aber ich weiß nicht Digga, warum geht das jetzt nicht? Hydra, danke dir auch für dein Sub Fünf Monate voraus Ghost, Digga Ich kann nix einparken Ich kann nix einparken, weil dieser Hurensohn-Start nicht funktioniert Es funktioniert nämlich nicht Es geht nicht Es geht nicht Geht nicht, geht nicht Vielleicht die Ich mach mal in die andere Karre War das dieser Jester? Ich glaub schon, ne? Boah Auto einmal einparken, dann geht's Ja, geht sehr gut Stark Hm Kofferraum vorne Kann auch sein Nein Geht nicht Weil auf diesem Server nichts funktioniert Ey Moyo, in die Karre kann man nix einparken Äh, Sosa, wenn du mordst, könnt ihr mein Auto demnächst nehmen, um Sachen einlegen Das Problem ist, dass es wieder am Wirbelpark, obwohl ich hinten eingepackt habe Wir können das bald nehmen, dann können wir einfach unsere Waffe nehmen Ja, aber wo soll ich jetzt die Snap-Pam pangen? Bring dir doch einfach zurück Kurz in irgendein Auto, in irgendein Schafter Ermannu, Ermannu Ja Ermannu, ich hab auch ein paar Autos Wenn du willst, leg die bei mir rein Kann ich dir die jetzt geben und du legst sie rein? Ja, gib sie mir, dann leg ich sie rein Weil ich hab eine BMW, da bunkere ich auch meine Karabiner Okay, ich hab die gegeben, okay Alles klar Ey, warte, ich geb dir auch noch eine AK Ja, mach Ja Achso, meinst du eigentlich, die ist meine AK? Äh, weiß ich nicht Ah, was, ey, was, ey Spass Ich bunkere die Bariner Äh, was soll das, Digga? Ey, weg, weg, weg hier Oder warte, ich geb dir die Karabiner, geh weg, nimm das weg Ey, äh, nimm das Ja, genau, pünktlich, Digga Frank, komm her, Digga Oder, du bist grad verschwunden auf dem Äh, warte, ich geb dir die Ich geb dir die Dings Was soll ich dir geben? Mir egal, was willst du behalten Gib mir lieber die, äh, Karabiner Weil die ist besser als AK Karabiner, ja Ja Weil wenn du AK verlierst, schmerzt es nicht so, wie wenn du Karabiner verlierst Ja, okay, aber warum hab ich jetzt keine Munition? Hä, aber warte, ich hab eine Karabiner grad bei mir Die musst du kurz, komm mal mit mir, nimm die mal und komm mal mit mir mit Ja, warte, ich geb dir einfach meine AK Ja, genau, mach mal so, mach mal so, gib mir die AK Verdammte Scheiße, Mann, du hast da einen Fleck auf deiner Maske, Mann Ey, so, Digga, was hast du mir für ein Zeug gegeben, Junge? Hast gerallt? Oh, Bruder, ich bin immer noch voll ein, Mann Verdammt, ich sag doch, ey, geh mal weg Äh, ganz kurz Ey, äh, Olaf Was zieht denn da? So, ey, hast du aufgehoben, hast du aufgehoben? Warte, 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 warte Okay Kann, muss sein, ja Ich sag auch nochmal was, warte Ey, Olaf, Mann, Inventaro Oh, ne, ich, oh, mein Gott, Olaf Dieg, ich hab dir allen replynd, mach mal weg Verdammte Scheiße, du bist ja so heimann Ey, ich, Bruder, mir ist auch gar nicht so gut, Digga Ja, ich hab noch einen passwords Gib mal ein Appetit Ey, Mann, uns audit Ladies Ey, Mann, uns hüpke mal Wasser für Olaf Fahr der Arm, weil Der ist voll vad 괜 unload das Cinema Oh,ade, Mann Jungs, ich bin am Wochenende weg, Mann. Wo bist du denn, Mann? Ja, ich reise in eine andere Stadt, nach Berlin, Mann. Abgehoben, Digga. Ja, ja. Kaum läuft mal, Bruder. Ehrlich. Ja, Mann. Was redest du eigentlich, Schwicki, hä? Äh, ist doch, Digga. Wolltest du die Software-Update dort ab, oder was? Nee, nee, die kommt hierher. Ach so. Besser ist, Digga. Was war denn heute überhaupt hier los in der City, Alter? Zu viel, Mann, zu viel wieder. Ich war nur ein paar Stunden da, Digga, und da war schon so eine Action, Alter. Du weißt, es wird immer mehr Action hier geben, Mann. Wenn man mehr ist für mich. Digga, was mir aber aufgefallen ist, gefühlt, jeder arbeitet auch für euch. Ihr seid so groß geworden in den letzten eineinhalb Wochen, Digga. Wir sind die Größten. Ja, ich merke das schon, ja. Das war ja schon so, nur dann haben die Drogen, Roten, und nicht mehr funktioniert. Jetzt funktionieren die Drogen, und wieder uns, ja. Jetzt machen wir da para. Aber das Lustige ist, so ist, Digga, dein Kontostand bleibt die ganze Zeit leicht, Digga. Jo, was, ja, verdammt, Alter, nur, ja, ein Brokertyp bleibt für immer Broke, Mann. Senorita, wie wärs, willst du nicht lieber hier chillen, ne? Nein. Ui, verdammt, Mann. Warum denn da? Was denn das? Was ist denn da los? Der Türmann hat einen Ohrring. Sicher, dass er auf dich steht? Ja, jetzt tschüss. Ja, aber... Ist das dein Freund? Ja. Ey, warte mal. Das ist doch die, die heute bei Pablito eingestiegen ist. Ist das die? Ja? Das ist die, das ist die. Das ist die, die bei Pablito eingestiegen ist. Hola, bist du das? Komm, zeig doch mal deinen Freund, dass sie nicht so was kommen. Vertrau mir. Geht mal weg, komm mal. Ey, deine Freundin ist nicht so eine, vertrau mir. Oh, da kommt mein Kollege mit dem Wasserflug. Hau rein, Mann. Du weißt gar nicht, was sie macht, Mann. Gestern mein Onkel hatte sie auch. Sogar mein Opa, verdammt, jeder hatte sie. Verdammte Scheiße. Ey, Sousa, das war dir, oder? Was? Liga, die hat jemand als Sousa. Das war die, die bei mir gekommen ist, oder? Ey, aber ganz kurz. Ah, was? Warum hat er bei euch geparkt? Warum hat er bei euch geparkt? Keine Ahnung. Aber weißt du, was das Lustige ist? Die Freundin ist wirklich bei Pablito eingestiegen. Ja, ja. Ich hab zu Pablito gesagt, ich geb dir zehn Minuten, wenn du eine Frau holst. Du bist the King. Fünf Minuten später, er kam mit der an. Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Was siehst du? Wir waren letztens beim Lost MC. Da hat die gechillt und Jimmy meinte, die ist Inventar. Ah, ich wollte ihn holen. Also jeder bei Lost hat seinen Jarrag schon bei der in das Arschleife. Alter, schöne Pablito, man. Ich würd dich checken lassen, man. Ich würd auf dich einmal zum Arzt gehen, man. Ich sag dir ganz ehrlich, pass auf, dass da unten kein Brokkoli wächst, Digga. Nein, jetzt hab ich Angst, man. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich geh zum Arzt, Hermanus. Verdammte Scheiße. Zieh mal die Hose runter, zeig mal her, Digga, ob das sonst gewachsen ist. Ja, warte, warte. Ey, den Schein schnau ich mir ganz bestimmt gar nicht. Doch, komm mal her, Marcel. Ey, warte mal. Marcel, Marcel, du hast doch Ahnung von Pilz. Schau mal nach, Mann. Komm mal her. Zeig mal her, Digga. Ist ja wohl wieder wertig. Ey, Pilz dritten Grades, Mann. Schaut sie an. Marcel, schau mal, jetzt her, komm her. Du hast doch Erfahrung, Mann. Schnauze, du Arschloch. Guck doch, Mann. Komm her, Jens. Verpiss euch, ihr Wichser, Digga. Das ist ein Freund, Digga, der guckt nicht mehr, Alter. Guck mal, die Gesundheit von ihm steht an und du guckst nicht. Marcel, was küsst du für ein Mann, was küsst du für ein Mann? Ja, Digga, einmal, komm, pack'n auf. Ja, aber du sollst ihn nicht küsst, Mauro. Was machst du da, Junge? Alles gut bei dir? Danke, danke, verdammt, ich sei sie. Der Marcel, der tut nur so, der tut nur so, weißt du. Der hat einen steifen, safe. Ja, wahrscheinlich, er hat nur einen steifen. Ich sag dir so, wie es ist, Pablito, falls du es nicht wusstest, Marcel jetzt seinen ersten Blowjob von der Transe gehabt. Was nicht schlimm ist, aber... Das weiß jeder, Digga. Stell, wo ist das Problem, Digga? Verdammt, ich sei sie, Mann. Bist du einfach sich die hier raus? Stimmt das? Wie hieß die denn? Das stimmt, Digga, Alter. Ich wusste das nicht. Wie hieß die? Hey, hat da jemand dein Flugzeug nicht klaut, Rick? Hey, wer klaut denn mein Flugzeug, Mann? Da fliegt dein Flugzeug, Digga. Ey, Rick. Oh, war da vorne. Ey, Rick, was du hier noch sagen wolltest, ne? Du darfst mit deinem Flugzeug hier nicht über die Hood fliegen. Ist das verboten? Ja, normal. Man kann denken, dass du irgendwelche anderen Leute, die irgendwie in den Angriff starten. Hat der gerade... Warte, hast du gerade gefragt, ob das verboten ist? Nee, warte mal, hier ist der schlaue Mensch. Oh, mein Gott, verdammt, ich sei sie, bitte, Jesus Maria, gib mir Kraft, verdammt. Jesus, ja. Jesus, Maria. Heres meinte, hol mich ab mit deinem Flugzeug. Wir machen jetzt einen Yachtraub. Das ist alles Heres. Alles klar, das nächste Mal fliegst du direkt in meinen Wohnzimmer rein, Digga. Was soll das jetzt heißen? Ja, du hast gesagt, hol mich ab mit deinem Flugzeug hier. Ja, kein Mensch hat gesagt, dass du hier landen sollst, Digga. Ja, wie soll ich denn? Willst du draufspringen, oder was? Pendero, Pendero, ich will, du bist Pendero. Er landet einfach hier vor unsere Hood. Was gibt es denn, ich sage? So ein Spinner. Ich will. In Mexiko hätte ich schon deine Finger abgesnitten, ne? Ich habe mich wie bei James Bond gefühlt, Mann. Digga. Alles gut, okay. Sehr gut. Findest du nicht schlimm, dass Marcel einen geblasen bekommen hat von der Transe beim ersten Mal nehmen? Nee, das ist doch nicht schlimm. Das ist objektiv betrachtet, ne? Das musst du, weißt du, wenn du draufstehst, ist das nicht schlimm. Wenn du nicht draufstehst, ist das so ein bisschen schlimm, ne? Ja, ja, da hast du recht, ja. Jeder so, wie er Lust hat, ne? Ja, genau. Genau. Wenn er draufsteht, dann soll er draufstehen. Also, äh, mir ist das okay, völlig Snoopy, weißt du, wer was macht. Aber weißt du, Pablitos geht auf jeden Fall auf Senoritas, damit das so mal klar ist. Aber Senorita mit Pimmel? Nein, ohne. Doch, aber warte, ey, warte. Jetzt mal unter uns, Pablitos. Ich habe letztens gesehen, aber ich wollte das jetzt nicht weitererzählen. Was? Ich bin letztens durch die Hut gelaufen und dann dachte ich mir so, ja, was machen die so hier alle so. Da habe ich dann um die Ecke gesehen, habe so ein bisschen was Rotes gesehen. Ich gucke da um die Ecke, ich gehe da so hin und da hat ein Typ dir einen geblasen, Mann. Aber, wann? Das war gestern. Das war gestern. Gestern? Ja. Aber ich wollte jetzt nicht so groß aufziehen, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Das war nicht ich. Wer war das? Hey, Pablitos, Pablitos, ich erzähl dir aber auch eine Geschichte. Ich frage meine Jungs, Digga. Warte, Sosa, ganz kurz. Sosa, du hast mich verwechselt. Verdammte Scheiße, das war ich nicht. Ah, weißt du, wer das war? Wer war das? Du darfst das aber nicht sagen. Wer war das? Psst, das bleibt unter uns. Komm mal her. Psst, komm mal her. Ich bin noch, ich bin noch schon nahe genug, Mann. Psst, komm noch ein bisschen. Psst, komm noch ein bisschen. Ey, seh doch auf, verdammt. Das muss doch nicht sein, Mann. Wer denn? Nein, weißt du, wer das war? Wer? Ey, ey, ey. Ich bin letztens am Stripclub vorbeigefahren. Da war Männertag. Und voila, Bruder. Digso, dein Auto stand da. Was? Oh mein Gott. Hört doch auf mit dich. Was? Der fiss dich, Junge, komm her. Ist doch nicht schlimm, Junge. Zieht, zieht, okay. Komm her. Auseinander, auseinander. Berückt, er ist. Maul, Digga. Auseinander. Ja, da liegt er, hä? Berückt, er ist, berückt, er ist. Da liegt er, Digga. Das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ey, wer nimmt denn meinen? Wer, wer glaubt mein Stripclub? Nee, ich weiß nicht. So, ey, wer ist gut, ich weiß nicht, Bruder? Was? Ihr habt sich Sprache verschreiben. Willst du alles gut? Ja, bei dir? Ja, ja, alles gut, Bruder. Komm her, warte. Ey, ich hab noch eine Guardian voller Wheat. Hier, Bruder, komm. Gib Liebe, Bruder. Hey, 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 hey. Vaddam, vaddam, taddam. Sosa. Ey, Jungs, es kann nicht sein, ich bin wieder lebt, man. Ich hab noch dabei, Sosa, Kim, ich hab, ich hab, ich hab. Hast du, hast du, Sepp? Ja, ich hab, ich hab. Ich hab mir gerade einen eingehaut. Das hältst du bei mir 15 Jahre an, Sosa, das gibt's gar nicht. Das ist doch gut. Ja, ich geb dir mal vier Stiga. Hey, Setti, war's Rittiger. Ja, Servus, Olaf. Ja, was hast du für einen Montel zu fix? Du wirst dich fangen? Bruder, weiß nicht. Bist du jetzt zu älter geworden, oder was? Ja, ja, moin, Moin, Digga. Ja, Servus, wie geht's da? Alles gut, Bruder. Oh, das ist der Sosa, ja, das was? Ja, Digga, passt schon, passt schon. Ja, gern sein Sosa, will immer der Hauptmittelpunkt sein. Ja, ich pack mal meinen Wagen um. Ja, mach das. Oh, verdammt. Ja, Marcel, Marcel, komm mal mit, Marcel. Also, jo, das feinste Kelly, verdammt. Ey, jo, gib mir mal was, Mann, hast du was von dem Kelly? Ja. Ja, ich will auch was, ich will auch was. Ich will das Beste, Beste haben. Oh, Mann, let's go. Der letzte Gramm für den OG. Ja, ist noch was. Haben wir nicht noch im Lager, Bloody Mary? Sosa wird das ganze Krass so nicht in der Stadt verteilen. Ich sehe es schon überall da liegen. Ey, was machen die zwei da, oh, Mann. Aber, Chad, ich glaube, ich werde... Ey, so high bin ich. Äh, ich werde for real das Wochenende nach Berlin. Einfach mal ein Wochenende, abschalten, nur nach Berlin. Trotzdem wäre ich ja erst schon, aber ich weiß noch gar nicht, wo ich pendelte. Wie soll ich denn pennen? Ja, du bin ich da. Ey, suchst du, ich hau ab, bitte, ich mach die Staatsbank, bist du dabei? Ähm, was ich überlege. Überleg, wo ich mich dann anbekommen, ja, ja. Ey, du hast es so 100 Euro, jetzt kriegst du ein Blatt-Out-Nachspreis, das wird alles gut ist. Scheiße, ich steige, 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 ich steige. Dennis, jo, danke für dein Ding. Der ist wie deinem Kopf, so sehr, ist ja nicht so schlimm. Das hat bis Märzsäger. Oder für sechs Monate, so viele Leute, die für sechs Monate abonnieren, nicht küsse ich eure Herzen. Fuckin zu lieber, man. Danke euch, ich küsse eure Herzen. Fabian, danke auch für dein Ding. Ja. Mir war sehr was. Wie lange bist du schon wach? Acht Stunden, du. Ich glaube, ich auch. Ja, Freddy, wir sind ganz schön lange wach in letzter Zeit, also sag. Ey, ich glaube, ich bin morgen in Berlin. Was machst du denn du morgen in Berlin? Weil meine Eltern wollen auch nach Berlin und dann vielleicht weichen. Du hättest mir das mal Bescheid gesagt, so wäre ich vielleicht angekommen. Ja, ich wusste ja nicht heute. Ich weiß nicht. Ja, spontan ist es immer das Problem, es ist immer ein bisschen teuer, Oost. Wie viel kostet denn ein Ticket? Wenn du jetzt schaust, sind bestimmt 140 Euro teilweise, Sosa. Was? Ja, ja, gefühlt kann ich von Frankfurt aus fliegen, Oost, anstatt mit Dings von. Guck mal, ich schau jetzt mal, Sosa. Schau mal. So, was ist denn? Kannst du auch morgen? Ey, übermorgen. Wie lange bist du denn da? Ganze Wochenende. Ach so, ja, Kreuz-Kruzinesen sagt das doch. Guck mal, ich schau jetzt mal, morgen, 9 Uhr. Von Mainz nach Berlin. Ach, du heiliger Bimbo. 147 Euro, Sosa. Hat der was? Aha. Das ist hart, eh? Ich schau jetzt mal, wenn ich das Ganze mach, am 30. Bisschen rauszögern. 42 Euro. Das ist einfach nur, weil es spontan ist. Das musst du mir überlegen. Die erzählen uns den ganzen Tag mit Umwelt hier, Umwelt da, Umwelt hier, Umwelt da. Und dann wollen die für ein verficktes Zugdicket 147 Euro. Ja, ja. Wirklich. Das kannst du vergessen. Das kannst du einfach vergessen. Bahnpreise echt geisteskrank teuer. Sepp, kommst du kurz mit mir? Ja, eine Sekunde. Okay. Ich bin kurz dann zum Haus. Sosa, weißt du, was wir mal machen können? Was? Jetzt kommt der Dings. Ich kann auch gleich kurz zu meinem Haus. Wir können drei, vier Wochen das Ganze mal machen. Darum uns zusammen ein schönes Hotelzimmer. Ja, aber morgen bin ich ja sowieso da. Ja, das bringt mir nix. Ja, ja, ich sag ja nicht. Ich mein generell, vier, fünf Wochen oder so. Und dann machen wir ein bisschen Action da. Ja, ja. Du musst mit. Was ist am Ullo? Ähm, nur ganz kurz zu meinem Haus fahren. Meine Waffeneinladung. Ey, wo? Wo sind die ganzen hin? Wegen Marcel, Heres. Marcel ist weggefahren. Olaf hat gemeint, der packt dein Auto und dann ist er weg. Ja. Ich hab noch ein bisschen Fragen. Ist es morgen Boxkampf oder nicht? Ähm, ich... Boah, mal gucken. Sehen wir gleich. Weiß mal nicht. Boah, ich glaub am Schlausen ist, wenn wir das nächste Woche machen, ha? Ja, ja. Jetzt. Warum wechselst du den Server? Sind voll korrekte Leute hier. Hä? Was laberst du? Warum Ser... Was für Serverwechsel? Digga, was für Serverwechsel? Ich geh nach Berlin in Real Life. Digga, seid ihr lost? Holzköpfe, Junge. Lost. Also wirklich. Also dieser Chat wirklich. Wo ist Olaf? Weiß ich nicht. Dennis, danke dir auch für deinen Sub bis April, Digga. Sieben Monate voraus, Junge. Was ist das? Achso, er ist pennen gegangen. Hilfe. Hä? Äh. Hä? Danke dir, Young Biggie, für deine 200 Bits. Achso. Verdammt, ey. Ja. Ich bin am Wochenende nicht da, ne? Warum bist du nicht da, Mann? Ich bin in eine andere Stadt. Kommst du in Duisburg, oder was? Was für Duisburg, Mann? Ja, komm mal rüber, jetzt Pommdöner essen. Dönerbox, Mann. Ey, wie war das denn? Nee, ein Pommdöner. Dönerbox, Mann. Hast du nicht auf Twitter gesehen, wie Pommdöner gepostet wurde? Auf Twitter? Ah, je, Twitter. Wart sich rum kurz was Leeres an. Der hatte was geplant. Kurz. Auf jeden Fall nicht planen. Endet wie gestern. Ja, hast du auch wieder recht, warte mal. Ich geh kurz geschützt, wirst du es holen. Digga, es klingelt und klingelt und ich kann nicht wein gehen, Digga. Ich bin doch, du bist doch dran, Mann. Achso, jetzt. Hallo, mein Freund. Ähm, jo, ich bin dabei. Bist du dabei, Digga? Ja, wo seid ihr? Der Mahlhut holt mich jetzt vom Würfelpack ab. Okay, dann holt mich bei der Hood ab. Oh, hier wird geschossen, Digga, Hilfe! Oh, nee, so ist der Würfelpack, Digga! Oh, nee, so ist der Würfelpack, Digga! Oh, nee, so ist der Würfelpack, Digga! Wie, 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 es wird geschossen? Oh, es wird hier geschossen, Digga! Äh, wie, geschossen? Oh, keine Ahnung! Ich, ich bin in der Hood! Ich brauche dringend und spritzend im Würfelpack. Einer kommt in den Autos, Digga, ich komme zum Würfelpack, ich schieße auf mich. Warte, ich komme zum Würfelpack, ich komme zum Würfelpack. Komm her, Digga, komm her! Ja. Ich wollte gerade mein Auto reparieren. Mit wem bist du am Würfelpack? Was habe ich vorhin gesagt? Vito, ich sage nicht alleine gehen und du gehst alleine. Es gibt eine Strafe, Bruder. Ja, ich wollte eigentlich nur Trinken kaufen. Ja, egal, Jungs, kommt nicht, Digga. Puls heißt hier, ich muss meine Strafe absetzen. Ey, so lost. So lost. Aber, Chat, wie ich gesagt habe, ich bin am Wochenende wahrscheinlich, also ab morgen, das ganze Wochenende in Berlin. Das heißt, es gibt keinen Stream. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich penne, aber ich bin trotzdem in Berlin. Aber ich mache vielleicht einen E.A.S. Film in Berlin. Ich gratuliere übrigens zum neuen Rekord. 13k Zuschauer läuft bei dir. Finta, danke dir für deine, äh, danke dir für dein Prime. Ich glaube, heute hatten wir fast 26k, das Zuschauerrekord aus Geisteskrank. Jo, wollen wir einen Pfeffer packen? Äh, äh, brauche ich nicht mehr, ich bin schon festgenommen. Frank? Ja? Alter Abend, vielleicht überfallen? Alter Abend, oder wir haben Nacht. Digga, 6,3k Subs ist auch geisteskrank. Danke euch. Aber ich brauche Pause, ich sage euch ehrlich. Ich habe die letzten Tage, mein ganzes Leben bestand nur aus RP. Äh, 7,3, 7,3. Warte, ich kann euch sagen. Sosa? Ja. Hast du Bock auf Überfall gleich? Ich mache schon mit Maseres. Ich habe schon verabredet. Ja, okay, okay. Warte, ich sage euch Bescheid. Guck mal, ich habe heute bis jetzt 8 Stunden, 13 Minuten. Gestern waren es 5,5 Stunden. Vorgestern waren es 8 Stunden. Davor waren es 9,5. Davor waren es 8,5. Davor waren es 9,5. Bruder. Ich war ein bisschen schlimm. Dann hier 9 Stunden. Da, oder, mein ganzes Leben besteht nur aus Dings. Ich komme auf. Äh, Tandi, danke dir für 1000 Bits, Bro. Sehr geil. Äh, nee, nee, es war eine Privatparty. Wohin? Das war zu Seppi. Willst du mitkommen, zu Sipp? Nee, nee, alles gut, ich warte auf jemanden. Ich komme jetzt, ich komme jetzt. Nein. Wir sind ganz schnell aus dem Poolen aus, weil der Muiu mich ganz komisch angefasst hat, als wir auf dem Wasser. Geh an, Wigi. Weißt du, was mein bester, mein bester Einsatz war? Wohin? Komm, ich bin, wir gehen kurz Waffen einpacken. Nein, nein, ich muss, ich muss auf was Heeres fahren. Ach so, was geht jetzt? Ich weiß nicht, was er macht. Er will einen Überfall oder so machen. Alles klar. Ja, brauchte noch jemanden, ich würde ihn nicht machen. Ich frage, ich frage. Ja, frag nach. Geh. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Ich frage, ich rauskomme mich. Äh, Hoodlums, danke dir für dein Prime. Wochenende nicht da, dafür Montag. Neuer PC. Da. Äh, Montag mit neuem PC online. Ja. Direkt. Da hoch hab ich Bock. Ah. Ah. Oh, ich bräuchte einen Anwalt, könnte ich die Nummer haben? Hat jemand einen Anwalt und kann mir die Nummer von einem Anwalt geben? Ja, könnte ich dir geben. Ja, Frank hat auch einen. Weil hier wurden Sachen gegen mich gesagt, wurden grundlos auf mich getazert, wurde für mich wurde als... Kuseleng, danke für den Dezappel. Kuseleng, danke für den Dezappel. Kuseleng, ey, 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 ey. Okay, sind die noch bei dir? Ich komm direkt runter. äh, meine Eltern sind nach Berlin und ich hatte keine Waffen mehr in der Hand und die haben mich schon die ganze Zeit getasert und wollten mit Scharvermützungen auf mich schießen und sagen, äh, scheißlatt, dann würde ich gerne einen Anwalt uns das ja alles klären Deswegen... Kannst du kurde Schnee? Gar nicht Und so soll ich mal mit zur Versteckung, können wir das Ganze mal erklären mit den Polizisten? Wir können gut mit denen Ich warte gerade auf dem Wasserheeres, der Schwanz braucht schon 100 Jahre Ja, da hat er was von dir, ah Sepp, komm, komm, komm Ich muss kurz was einpacken, warte Also, wie gesagt, mach du ohne jetzt keinen Scheiß, ich komm runter Ja, oder fahr los, fahr los, alles gut, fahr los, fahr los Ich kann... Türkisch kann ich ja So, hab ich noch was Lass dann schreiben oder Discord Bist du gleich Discord? Dann können wir gleich Discord gehen Phil Ist halt noch klappt Wohnst du bei deinen Eltern? Ja So, ich war jetzt immer überlegen Soll ich meine... Soll ich meine Mutter jetzt Weil sie sich so abfuckt über die Wäsche Ein Staubsauger... Ob ich ihr ein... Ob ich ihr ein Laptop kaufe Oder ein Staubsauger Äh, Staub... Was ist ein Staubsauger? Oder eine Waschmaschine Ich weiß nicht Also, Vito, ich bin auf dem Weg Ich weiß nicht Oder beides Ja, beides... Aber bei beides muss ich ein bisschen warten Bis nächste Twitch-Auszahlung kommt, Digga Weil wenn ich jetzt das kaufe, dann kann ich bankrott gehen Hm... Naja Ich... Ich... Dann muss ich ein bisschen warten Sosa, willst du das? Ja Ich hab euer Auto hier gefunden Ich wollte euch das zurückbringen Hey, park ein Ja, ich... Wo? Ich bin nicht bei euch, Mann Achso, ja, dann steck aus Das stand da hinten rum Was ist das für eine Frisur, Mann? Wie, was ist das für eine Frisur? Scheißfrisur, Mann Na, ob... Hey Jungs, weiß irgendjemand zufällig, welche... Äh... Schaffter das waren Wo die Waffen drin sind Damit ich die nicht auspacke Paypal regelt, stimmt Ich kann mit dem... Ja... Die Waffen wurden schon ausgelagert Von den Schafftern Oh, 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 scheiße Ja, easy Sosa Ja Sosa Was? Wenn du Frank siehst oder so, sag ihm mal Bescheid Er braucht mich nicht mehr abholen Ich bin... Ich bin zu Fuß hergekommen Ja... Weil ich hatte mit ihm geschrieben Ich will ihn nicht weiter stören, Mann Schreib ihn doch einfach Brauchst mich nicht abholen Alles klar Schreib fliegen Schreib ihn doch einfach mal vchen... Schreib ihm doch einfach mal... Ach das auch nicht mehr... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hosten Willi. Komm, hosten wir Willi. Willi spielt NBA. Ich habe auch Lust, NBA zu sehen. Ähm... Ihr könnt auch rüber zu Medi gehen. Medi hosten wir halt immer. Wir hosten mal auch andere. Alt. Alt. Viel Spaß bei Willi. Viel Spaß bei Willi. Der spielt und schaltet jetzt noch Dings. Äh... 2K. Wenn ihr Bock habt, zu Bazzi zu gehen, geht rüber zu Bazzi. Wenn ihr Bock habt, auf Medi rüber zu gehen, geht zu Medi. Verteilt euch, Jungs. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls irgendwas ist... Ihr seht ihr auf Insta. Falls... Dings... Ich küsse eure Herzen. Tschüss. Kuss, Digga. Geiler Steam. Haut rein. Tschüss.